SBT-Section, it's Shisha-Time! Servus, liebe Shisha-Freunde! Shisha-Bahn-Tester Big2B begrüßt euch zu diesem kurzen und knackigen Infovideo. Ja, was steht an, wie ihr vielleicht schon in der Video-Überschrift gelesen habt, geht es heute um das Summer Smoke Event. Ja, Shisha-World lädt ein am 12.8., also nächste Woche, Samstag, zum Summer Smoke. Was ist das Summer Smoke? Natürlich ein Shisha-Treffen. Ich finde es cool, dass es endlich mal bei uns in der Umgebung, sage ich jetzt mal, also ich wohne jetzt nicht so weit von einer Stunde ungefähr, ein Shisha-Treffen gibt. Weil für alle, die auch hier in der Umgebung oder in Bayern allgemein so wohnen, sage ich jetzt mal, da ist es nicht so gut bestückt, so groß bestückt, was Shisha-Treffen angeht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Shisha-World zum allerersten Mal endlich mal, wird auch Zeit, Jungs und Mädels, ja, ein Shisha-Treffen veranstalten. Ja, und was gibt es da alles Wichtige zu erklären und was wird da überhaupt alles so geboten? Und das erkläre ich euch jetzt ganz kurz in diesem Video. Ja, also, Wichtiges, schon mal vorweg, das Ganze kostet natürlich Eintritt, wie bei jedem normalen Shisha-Treffen. Ja, was kostet der Eintritt? 15 Euro und nicht erschrecken, ich bin am Anfang auch ganz kurz mal erschrocken, wenn ich mir gedacht habe, 15 Euro, das ist schon ein bisschen Geld. Aber, wenn man dann die Hintergrundinfos weiß, dann sagt man, okay, überhaupt kein Problem. Denn, ja, 5 Euro bekommt ihr schon mal als Essensverzehrgutschein, da ist nämlich ein Foodtruck am Start, da gibt es dann leckere Snacks und Essen frisch zubereitet. Was genau? Keine Ahnung, lasst euch überraschen, ich weiß es selber nicht, ich lasse mich genauso überraschen. Und 10 Euro gibt es dann sogar noch obendrauf, das heißt, da könnt ihr dann für diese 10 Euro bei Shisha-World in Landsberg direkt in dem Shop, der dort natürlich auch an dem Tag offen hat, da könnt ihr dann dafür einkaufen, was ihr wollt. Und wenn man dann so überlegt, so ein Tabak, ja, was kostet der 14,90, dann zahlt man halt noch 4,90 drauf und hat dann schon einen Tabak am Start. Das ist natürlich eine coole Sache, dass man dann für den Gutschein dann gleich noch was kaufen kann vor Ort. Und dann sind die 15 Euro ja eigentlich schon wieder gut investiert. Also von daher sind die 15 Euro nicht wirklich wild. Ja, was ist sonst noch zu beachten? Natürlich ab 18 das Ganze. Ihr dürft nicht mit Mutti-Zettel rein, wenn ihr jetzt 15 oder 16 seid und sagt, ja, hier meine Mama oder meine Mutter, mein Papa hat unterschrieben, nein, Shisha-Rauchen, allgemein Rauchen ist ab 18 und da kann man auch nichts dran rütteln. Das ist so und deswegen bitte nur kommen, wenn ihr über 18 Jahre alt seid. Genau, dann, wo findet das Ganze statt? In Landsberg am Lech, das ist, ja, in der Fahnerichstraße 5, 86899 Landsberg. Ihr findet aber nochmal die Daten unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann nochmal nachschauen. Ich habe es mir hier auch gerade nochmal aufgerufen, Samstag, 12.8. habe ich schon gesagt. Wann geht es los? Von 14 Uhr bis 21 Uhr, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, je nachdem wie gut die Stimmung ist und wie viele Leute am Abend noch da sind. Bis jetzt haben sich schon über 100 Leute angemeldet, also es geht auf jeden Fall schon steil vorab. Und ihr könnt euch auch noch anmelden, einfach auch in der Videobeschreibung auf den Facebook-Link klicken, dort könnt ihr dann auf Zusagen gehen. Ist jetzt aber kein Muss, aber ist natürlich für den Veranstalter nicht schlecht, dass er schon mal abschätzen kann, wie viele Leute kommen. Deswegen, wenn ihr Facebook habt und teilnehmt, dann klickt doch einfach auf Zusagen, wenn ihr eh hingeht. Genau, ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ja, was wird dort geboten? Natürlich All You Can Smoke. Das heißt, ihr bringt eure eigene Shisha mit, das ist ganz wichtig. Tabak müsst ihr nicht mitbringen, könnt ihr mitbringen und Kohlen müsst ihr natürlich auch nicht mitbringen. Denn für Kohlen ist gesorgt, One Nation ist am Start, aktuell einer der besten Kohlen auf dem deutschen Markt, finde ich wirklich sehr, sehr gut und muss sich hinter Black Kokos nicht verstecken. Und ich glaube sogar, die Leute von Black Kokos, wollte ich schon sagen, von One Nation sind auch am Start. Und jetzt zuhören, Freunde, Mr. Chaos himself, Tolga, ist auch am Start. Also der Mann, der Chaos Tobacco ins Leben gerufen hat, der Produzent, der Hersteller, der ist am Start. Das heißt, Landsberg versinkt definitiv im Chaos an diesem Tag, finde ich ganz cool. Da müssen sie wirklich mehrere Millionen ausgegeben haben, um diesen Mann von Köln nach Landsberg zu locken. Kleiner Spaß, aber ich freue mich wirklich, dass der Tolga am Start ist. Und ja, der wird natürlich dann auch den einen oder anderen Kopf mit uns zusammen dann smoken. Und wer Fragen über Chaos hat, kann natürlich dort auch den Tolga einfach mal drauf anhauen, wenn er Zeit hat. Wer ist noch mit am Start? Das war's noch nicht, Freunde. Der liebe Max von Hooker Squeeze sponsert ebenfalls seine Dampfprodukte. Also für alle, die noch nie Dampfpaste, also Hooker Squeeze gedampft haben, kommt vorbei. Dort könnt ihr ebenfalls Hooker Squeeze umsonst dampfen, bis der Arzt kommt. Also der Max ist am Start und sponsert ebenfalls seine Produkte, ebenfalls wie Chaos. Also richtig, richtig cool für Tabak, für Paste und für Kohl ist auf jeden Fall schon mal gesorgt. Und ansonsten, was gibt es sonst noch Wichtiges zu erzählen? Lass mich mal schauen. Genau, wo gibt es denn überhaupt die Eintrittskarten? Die könnt ihr entweder jetzt online bei shisha-world.com kaufen, werden euch dann kostenlos nach Hause geschickt. Kosten natürlich 15 Euro oder bei eurer normalen Bestellung könnt ihr die natürlich auch mit dazu bestellen. Oder wenn ihr jetzt nicht online bestellen wollt, könnt ihr die Tickets auch in Landsberg im Shop direkt kaufen oder natürlich in Ulm, wenn ihr dort seid. Dort könnt ihr auch die Karten kaufen. Genau, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel drüber zu sagen. Ja, ich habe alles Wichtige genannt. Genau, was noch wichtig ist, ich verlose 2x2 Eintrittskarten für den Summer Smoke nächste Woche Samstag unter allen YouTuber-Zuschauern jetzt hier. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Bock habt, insgesamt 2x2 Karten gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Einmal dieses Video liken, Shisha-Warentest in YouTube abonnieren und einen Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag I love Shisha-World. Das war es auch schon und der Gewinner wird ziemlich zeitnah bekannt geben, beziehungsweise die Gewinner, denn das Summer Smoke ist ja schon nächste Woche. Das heißt, am Sonntag gebe ich dann Bescheid, wer gewonnen hat. Diese Woche Sonntag am 6. August, ganz, ganz wichtig für alle, die mitmachen wollen, bitte macht nur mit, wenn ihr auch fest zusagt an dem Tag. Also wenn ihr da auch keine Zeit habt oder so, bitte auch nicht mitmachen oder zu weit weg wohnt, denn sonst bringt das Ganze ja nicht, wenn ihr gewinnt und eh nicht hingeht. Deswegen bitte nur mitmachen, wenn ihr auch wirklich nächste Woche Samstag am 12. August auch teilnehmen wollt an dieser Veranstaltung. Ja, und ganz, ganz wichtig an alle, die da mitmachen jetzt an diesem Gewinnspiel, bitte schaut unbedingt die Auflösung am Sonntag an, denn da die Auflösung in YouTube stattfindet und ich nicht jedem schreiben kann, der gewonnen hat, weil ab einer bestimmten Abonnentenzahl kann man erst Nachricht senden aktivieren, dann kann es passieren, dass ihr mich in YouTube anschreiben müsst, dass ihr gewonnen habt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr am Sonntag eben kurz abcheckt, ob ihr die Karten gewonnen habt oder nicht, weil sonst kann ich euch nicht anschreiben und dann können wir auch nichts machen. Denn Shisha World schickt euch die Karten sofort am Montag, spätestens am Dienstag raus, dass ihr spätestens am Donnerstag, Freitag die Eintrittskarten im Postkasten habt und erst dann könnt ihr natürlich teilnehmen. Ja, sollte eigentlich kein Problem sein und dann wünsche ich viel, viel Glück beim Mitmachen und vielleicht sieht man sich ja dann auch am Samstag, nächste Woche am Shisha Treffen, denn Olli wird am Start sein und ich bin übrigens auch mit am Start. Ja, also wir freuen uns außerdem sehr auf euch, wenn ihr teilnehmt. Ja, ihr könnt auch gerne jetzt in die Kommentare reinschreiben, falls ihr eh am Start seid, dann wissen wir schon mal, wen von den YouTubern bzw. von meinen Zuschauern, den man so alles trifft in Landsberg. Ja, Freunde, dann war's das für heute, ich hoffe, euch hat's gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und das war's, bis dann, euer B2B, Servus!